Sie suchen eine Rechtsanwältin mit Erfahrung und Fachkompetenz? Dann sind Sie in der Dr. Schnitzer Rechtsanwalts GmbH bestens aufgehoben. In der alteingesessenen Kanzlei erwartet Sie ein engagiertes Frauenteam, das auf die Kombination von Fingerspitzengefühl und Durchsetzungsvermögen baut. Rechtsanwältin Eva Graf Friedel ist Fachanwältin für Familienrecht und hat sich daneben auf Verkehrsrecht, Arzthaftungsrecht sowie Miet- und Pachtrecht spezialisiert. Ergänzt wird sie von Rechtsanwältin Veronika Tauchert, die den Mandanten rund um Arbeits- und Sozialrecht sowie Erb- und Strafrecht zur Seite steht. Zusammen mit ihren Rechtsanwaltsfachangestellten achten die beiden besonders auf eine persönliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dr. Schnitzer, Rechtsanwalts GmbH. Hier steht der Mensch im Mittelpunkt. vor viel Zeit, der Erb- und Strafrecht ist ein Ihr Erb- und Strafrecht aufhörter Seinein www.strche-risch-ikmbH.de Vielen Dank.